ARD Text im Auftrag von Funk 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 dass ich meinen eigenen Clan auf dem Einsuchtserver habe, denn sie haben die Clans released und wenn ich jetzt mal hier, ne bin ich auf Twitch streamen und zwar mache ich jetzt mal hier Clan Info und ja dann seht ihr halt hier Clan Information, Name Teddy Crew Clan Tag, Teddy Clan Leader, da bin halt ich jetzt als einzigster in diesem Clan gerade wieder Adventstürchen zu öffnen sind. Dachte ich mir, versuche ich mal jetzt jeden Tag ein Video hochzuladen, wo ich euch immer den versteckten Knopf vom Adventskalender für das jeweilige Türchen zeigen werde. 90 Tage wann, Platz Nummer 5 in dem monatlichen Stat. So, gekillt, aber ich glaube, er hat, oh nein, oh nein, äh, 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 ich hab nichts, ich hab nichts, ich hab nichts, keine, oh ja, kann sich rechten, oh gerade so mal Glück gehabt. So, nein, oh, egal, war ja eh der Letzte von daher, würde ich sagen, GG. Okay. Oh, oh, wir haben Platz 1 gekillt, flauschiges GG. Teddy Army is Rams Stesel. Das war der Aufnehmer und jetzt ist bereit, ich bin Platz 8 in den monatlichen Stat. Das ist auf jeden Fall schon mal fresh hier in den Top 10 zu sein. Musik Skywars Platz 8 räumt den Kurs, geh auf! Ja moin, ich habe einfach gewonnen! Ja Robin, ich habe für dich noch den Sieg geholt, ich hoffe du weißt auch zu schätzen. Also wir springen hier gerade eine Eventrunde, die gibt es nur heute oder wenn sie halt ein Admin veranstaltet, aber das ist halt so gut wie nie, außer mal heute, weil heute Mainsoft.net drei Jahre alt geworden ist. Ja, habe ich jetzt die Challenger an der Backe. Ursprünglich war es so, dass ich alle Modi auf gorma.net gewinnen sollte, aber an demselben Tag muss natürlich Brian dieses Video hochladen. Grüße gehen auf jeden Fall raus! Deswegen habe ich ihn umgestimmt dazu, dass ich alle Spielmodi auf Mainsoft.net gewinne. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, WTF hast du zu? Drei Flügel, was ist mit dir falsch? Die Master Chess und die Legend-Tone. Und um die Legend-Tone geht es auch heute hauptsächlich, denn ja, es gibt einen neuen Rang. Viele haben sich da unter dem Instagram-Post von Mainsoft.net schon beschwert. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich finde den Rang mega nice. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was kann denn so der schöne Legend-Rang? Aber außen Dankeschön an Rocco, der mir den Rang nach ca. 14 Stunden dann überreicht hat. Zack! Einer runter! Und der zweite! Ja! Ja! Nein! Er hat sich gerettet! Oder? Sie hocken beide! Okay! Da werde ich wahrscheinlich jetzt einen Kill verlieren, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Was? Er lebt noch? Tschüss! Und damit hätten wir die zweite Runde gewonnen. Für dich hat es sich ausgeleuchtet. Tschüss! Ne, ne, hallo! Was warst du? LOL! Was war das denn? Junge! Dann einmal zum neuen Modus und zwar ist das die Kuchen-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf! Ich dachte, wir tun hier einmal spawnen. Das Ganze ist hier... Wo ist das eigentlich? Okay, hinter Bad Wars beim Riesenrad. Das können wir einmal hier hoch und dann haben wir hier eine 12 von 30 Spieler Lobby. Warum es nur 30 Slots hat, das weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt hier auf dem Event-Server. Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie? gott keinen zeigen nein wie dumm war das denn auch nein wir sind echt soll auch gott und dann sieht man 802 das wäre doch super wenn man die mal alle aufbauen könnte bevor der server ja schließen tut also grüße gehen raus an redox sagen ihm habe ich jetzt owner rang auf mein server ja geil wir würden ja auch recht der ganze stelle angezeigt jetzt wird man mal ausprobieren okay plugins gehen obwohl naja okay das ist nicht interessant ihr könnt mal ein bisschen ja ich habe keine ahnung wie man chest macht das bisschen blöd youtuber runden schutzschild skp system einmal hier mal kurz ein screenshot noch machen ja nein nein ich bin ein feilschwagen geschossen alle anderen richtig bands und haben die letzten stunden also das ist das finde ich ist das einzige traurige wirklich in den ganzen jahren das ist einfach jetzt wirklich in fünf jahren nicht ein einziges mal von irgendjemandem geschafft worden ist und wir es anti-cheats zu machen aber es also nicht jetzt weil es keine guten leute gibt sondern weil es halt einfach in diesem spiel und möglich ist aber naja an der stelle die aufnahme geht fast 40 minuten ich würde sagen das war es auch mit dem video wenn es euch gefallen hat das gerne eine positive bewertung da und dann würde ich sagen auf mein sucht sehen wir uns zwar in diesem leben wahrscheinlich nicht mehr wieder ich hoffe trotzdem das video hat euch gefallen haut rein und dann sehen wir uns irgendwann bei einer neuen folge von minecraft mit